Un espresso, per favore! Ah, ihr seid auch schon da. Dann werde ich euch entsprechend stilvoll begrüßen. Un bellissimo Buongiorno, miei cari amici der Diesel. Hab ich bestimmt fünfmal geübt, eh ich sag's. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Diesel-Freunde. Grazie! Espresso kam gerade. Ja, ihr erlebt mich bei bester Laune. Es ist heute Dienstag, anderthalb Wochen später nach Sangerhausen. Hat sich viel getan. Ich bin jetzt hier auf Sardinien in Sassari, um genau zu sein. Und ja, bin ganz happy. Bin ganz happy, um es kurz zu machen. Bin hier Miteigentümer einer Garage geworden. Also bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Aber ich würde sagen, wir machen mal eins nach dem anderen. Nach Sangerhausen bin ich dann zum Sonntagabend mit dem Zug rübergefahren nach Kassel. War ja nur ein kurzer Sprung, das sind so ein Lkw, zwei Stunden. Hab ihn abgestellt. Montag dann gleich wieder in Verhandlung getreten mit dem Anwalt. Wir haben ja schon per Handschlag gehabt, aber es mussten noch ein paar Kleinigkeiten gerade gezogen werden. Dann bin ich nochmal mit dem Zug hoch nach Rostock. Hab das soweit fertig gemacht. Und hatte dann Mitte letzter Woche das Geld dann auf dem Konto. Ein Wahnsinnsgefühl. Ein Wahnsinnsgefühl. Ich war sowas wie so ein Ein-Tages-Millionär. Naja, ich hatte 1,55 Millionen und ein paar zerquetschte auf meinem Konto. Diese Zahl, die habe ich mir auch, die habe ich mir natürlich abfotografiert und die habe ich mir zu Hause in die Kasseler Wohnung gehängt, gerahmt. Quasi mit dem Hinweis, dass ich sowas also auch mal hatte. Ja, und das Erste, was ich gemacht habe, war, bevor ich mich zu sehr daran gewöhne, zack, erst mal die 650.000 an die Bank überwiesen. Den Kredit abgelöst. Auch über meinen Anwalt hat mich da nochmal beraten. Diese Sonderzahlungen oder Strafzahlungen bei zu früher Ablösung eines so hohen Kredites dürfen die gar nicht mehr erheben, weil sie im Grunde ja schon ihre Zinsen kassiert haben. Und du ja auch in der Anfangstilgung letzten Endes eigentlich nur Zinsen bezahlst und noch gar keine Tilgung. Insofern ging das ganz gut für mich aus. Also das waren 650.000. Danach hatte ich also noch knapp 900.000. Und das Nächste, was war, ich habe Marian angerufen und ihm von seinem Glück berichtet. Wir haben ein wunderschönes, anderthalb Stunden langes Telefonat gehabt und wir waren uns sehr, sehr schnell einig. Letzten Endes ging das andere Telefonat dann nochmal um andere Dinge, die Ablöse. Das hat auch alles verstanden. Also das kann auch nachvollziehen und er will das auch. Weil er dann auch selber wieder selbstständiger ist und sich auch um nichts anderes Gedanken machen muss, als nur um seine eigene kleine Spedition. Ich habe ihm jetzt 200.000 Euro überwiesen. Notariell haben wir ihn auch schon aus der Firma raus. Und das verschafft ihm wiederum eine Möglichkeit, in die eigene Firma wiederum zu investieren oder das Geld zurückzulegen. Insofern hält sich also sein Schaden erheblich in Grenzen. Und das ist auch gut so. Also ich bin eigentlich, und das ist für mich auch gut, also für mein Seelenwohl, das man ja auch irgendwo mit in Betracht ziehen muss, gibt ja immer das Brutto-Sozialprodukt. Und in Frankreich gibt es ja mittlerweile dieses, wie soll man das nennen, das ist dieses, da gibt es noch ein anderes, nee, es gibt das Bruttoinlandsprodukt und in Frankreich gibt es noch dieses sogenannte Brutto-Sozialprodukt. Das stellt so eine Art Zufriedenheit und Lebensqualität dar. Und ich mache mir da Sorgen, wenn ich bei anderen Leuten Schulden habe und weiß, dass es, ja, die dadurch halt in Probleme gebracht sind. Also in der Realität habe ich sowas gar nicht, weil ich sowas nie möchte. Aber jetzt hier war es mir wichtig, das abzutragen und auszugleichen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt einen Marion unbedingt aus der Firma raushaben wollte, sondern einfach seinen Schaden zu begrenzen. Darum geht das. Ja, das heißt also, da ist man ganz gut, Quid pro Quo. Marion kann wieder besser in die Zukunft gucken, kann sich was zur Seite packen. Ich glaube, sein Mercedes läuft ganz gut. Er hat mir auch gesagt, da sieht er jetzt keinen Investitionsbedarf. Der soll jetzt erstmal seinen Schärflein beitragen. Aber ein eigener Trailer, um halt die letzten Endes die Einkünfte zu erhöhen, das macht schon viel Sinn. Und das wissen wir ja alle. Das zweite, was war, ich habe dann erstmal mit dem, das war allerdings eher durch Zufall, mit dem Sven, also mit dem Sven Marx telefoniert. Ja, Sven, das ist ganz guter Dinge. Bei dem läuft das da oben recht gut. Ist da gerade nochmal ein Trailer aufgespawnt, ja, ne. Und ich muss so ein bisschen auf die Zeit achten, weil wir dürfen nicht zu spät da oben sein. Ja, ja. Und dem Sven geht es eigentlich soweit gut. Der sieht so seine Zukunft im Containerverkehr und will sich dort halt stark spezialisieren mit der Firma. Ich habe da zwar die Hauptanteile, weil noch heißt sie ja Trendsart. Aber wir haben uns auch hier geeinigt, weil ich zu ihm sagte, du pass auf, bei mir hatte sich, und das war zu diesem Telefonat schon klar, und das werde ich euch gleich im Anschluss erklären, bei mir hat sich hier eine Möglichkeit ergeben. Und ich werde wahrscheinlich eher so Richtung Süden schauen und muss mich da auch konzentrieren. Ich habe dann Kassel, ich habe das hier, ich richte da wahrscheinlich eine Linie ein. Und ja, da habe ich alle Hände voll zu tun, das zum Laufen zu bekommen. Und das hat er auch verstanden. Und wir haben uns dann eigentlich relativ schnell quasi telefonisch in die Augen geschaut und dann war sehr schnell klar, er braucht da mehr Selbstständigkeit in der Firma, weil er muss ja als Minderheitsgesellschaftler mich die ganze Zeit fragen, bei großen Entscheidungen wie, was und wo. Und das ist natürlich auch, wenn wir über Telefonnummer alle schnell erreichbar sind, aber dennoch bei bestimmten Entscheidungen ist das einfach ein Hemmnis. Obwohl ich da nicht unbedingt im Weg stehen möchte. Und Sven hatte dann geäußert, eigentlich für ihn wäre das Beste, sich da eher selbstständiger zu machen. Und das kann ich gut verstehen. Ich habe dann allerdings gesagt, du pass auf, das geht dann allerdings nicht mehr unter den Namen Trendsart und auch nicht mit meinen Farben. Ansonsten unterstütze ich das. Dann kauf mich, dann nimm doch einfach das bestehende Firmenkonstrukt, weil der LKW ist da schon angelegt, die Lieferverträge sind darin angelegt. Und zahl mich aus. Das sind ja bloß die Pimperlinge. Wir haben ja bloß 1.000 Euro in diese OG eingelegt. Das heißt, er musste mir 700 Euro geben. Und ich habe meinen Anteil an ihn abgetreten, habe meinen Namen rausgenommen, also die Trendsart. Weil er möchte da auch gerne einen neuen Namen haben. Und es ist auch ganz klar, da wo ich nicht dabei bin, heißt das Ding auch nicht Trendsart und ist auch nicht blau-grau. Weil das sind die Farben von der Trendsart. Das sind meine Farben, das werden sie auch bleiben. Aber da gab es auch gar keine Diskussion. Das wusste er ja auch. Und nur für euch halt zur Aufklärung. Ich glaube, wir können uns da mal überraschen lassen, was er jetzt dort machen möchte. Ja, und das ist ganz gut gelaufen. Das heißt, da habe ich wieder 700 Euro abzüglich der Notarkosten. Also 300 sind übergeblieben, aufs Konto draufgekriegt. Dennoch war ich so bei 700.000 dann auf dem Konto. Ja, nächste Geschichte war, ich habe jetzt oben in Kassel ein Bauunternehmen beauftragt für etwas über 5,550.000 Euro. Da habe ich den Bauvorschlag jetzt bekommen, den Preisvorschlag. Und die sind schon dabei. Ich baue jetzt Kassel wieder aus. Weil ihr wisst, so viel Geld auf dem Konto liegen zu haben, da zahlst du eher Strafzinsen drauf. Da musst du gucken, wie wirst du das Geld wieder los. Das ist ein echtes Problem. Und es hilft dir nicht, das bei der Bank liegen zu haben. Wie gesagt, da wird es weniger. Und insofern habe ich überlegt, okay, was mache ich? Und ich habe dann überlegt, das Beste ist Grund und Boden. Das Beste ist irgendwas, was du vermieten kannst. Das Beste ist Gebäudetechnik. So, und jetzt hat man ja das Problem mit der alten Halle. Da bin ich auf ordentlich Kosten sitzen geblieben, weil wir diese Überschwemmung hatten. Die Stadt Kassel hat da mittlerweile aber darauf reagiert. Es gibt eine Versicherung der Stadt Kassel und des Landkreises, wie aber auch des Landes Hessen, weil sonst ist das ganz schädlich für die Wirtschaftsstruktur, dort für freie Flussläufe zu sorgen. Denn das kam ja daher, dass wir letzten Endes die Überschwemmung durch verstopfte Wehranlagen und so weiter hatten, das Wasser sich hochgestaut hatten, durch, ja, wie nennt man das, also Baumstümpfe, Bäume, also Schwemmgut letzten Endes. Und da gibt es eine Versicherung, dass, wenn das nochmal auftritt, dann springt das Land Hessen ein. Das können die Versicherungen übernehmen und so konnte ich also jetzt auch die neu zu errichtende Halle versichern. Insofern, also auf der Immobilie, die wir kennen, bauen wir jetzt gerade die Halle ordentlich aus. Das ist ja auch ein Aushängeschild für meine Firma und, ja, ich bin hier zwar noch Einzelkämpfer, aber so ein klein wenig wachsen, um mehr ein bisschen Substanz reinzukriegen, das muss ich schon. Mal überlegt mal, wenn ich mal krank bin oder so und ich falle aus, dann habe ich ein Problem. Also insofern war ich dann so bei 150.000 Euro und ihr habt es ja vorhin schon gesehen, am Kontostand, ich bin jetzt bei 72.000 Euro und jetzt muss man gucken, ja, weil ich muss ja ein bisschen mit der Pause arbeiten. Ich habe dann einen Anruf bekommen von zwei sehr lieben Freunden, die kannte ich noch von früher, das war noch aus meinem Leben vor der Zeit als Transportunternehmer. Ihr wisst ja, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Und die hatte ich damals betreut. Ja, und das sind Sardellen, Sardinier, also Leute von Sardinien hier, von der Insel. Das ist der Steven und das ist der Donio, der Antonio. Es sind zwei Brüder und warum heißt der eine Steven? Das ist ein sehr unitalienischer Name und zwar, die haben, ich muss mal ganz kurz hier, das Geräusch stört mich. Und zwar, die haben, Steven wurde in Australien geboren. Also sein Vater ist als junger Mann nach Australien gegangen, hat dort ein Betonwerk aufgebaut, dort wurde auch Steven geboren, ist irgendwann wieder zurück nach Bella Italia, weil ich glaube, wenn auch Australien ist sicherlich auch schön. Aber wenn du aus Bella Italia kommst, ich glaube, da geht nichts drüber. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und das kann ich gut verstehen. Ich liebe dieses Land auch. Ich liebe auch Südfrankreich und andere Gebiete. Aber Italien hat so einen ganz speziellen Charme, finde ich. Und die sind dann nachher, ich glaube, in den 80ern oder 90ern sind die zurück nach Italien gekommen. Dort wurde auch Donio, also es muss, nee, es muss in den 70ern gewesen sein, da sind die zurückgekommen. Da hatte der Vater dann das Familienunternehmen übernommen. Das war auch hier ein Betonwerk. Und sind zurückgekommen. Da wurde dann Donio geboren. Das sind also so knappe 10 Jahre Unterschied oder sowas. Und die hatte ich damals hier in Italien in der Betreuung drin. Mit bestimmten Sachen im Ingenieursbereich. Ja, und die haben dann irgendwie spitz gekriegt. Der Kontakt ist dann abgebrochen. Dann haben sie irgendwie spitz gekriegt, dass ich im Transportgewerbe drin bin. Da selbstständig bin. Und da haben die einen Kontakt auch letzte Woche hergestellt. Und haben so ein bisschen erzählt hier vom sardinischen Wirtschaftssystem. Von den sogenannten Sadex-Krediten. Und das fand ich sehr interessant. Also wir sind einfach ins Gespräch gekommen. Ich habe dann gefragt, wie läuft es bei euch? Weil die Wirtschaft in Italien nicht schwächelt natürlich erheblich. Und dann sagten sie, naja, es geht mittlerweile wieder besser. Dank der Sadex-Kredite. Ich sagte, was ist denn Sadex-Kredite? Und da haben sie mir das ein bisschen erklärt. Sardinien hat ein Riesenproblem. Das hängt so an der Nabelschnur von Italien. Und ihr wisst ja auch, die Wirtschaft von Italien, die boomt nicht unbedingt. Das Land hat ein großes Wirtschaftsproblem. Die Schulden sind weit höher als die Einkünfte. Eigentlich ist das Land schon überschuldet. Und ja, jetzt muss ich immer ein Espresso trinken. Und davon profitiert natürlich eine Insel wie Sardinien überhaupt nicht. Da ist zwar Tourismus da und es wird auch gefördert, aber halt die kleinen Unternehmer hier, die wären fast alle ausgestorben. Und das Problem für Sardinien ist halt der Euro, der sehr stark ist. Und eine starke Währung für eine schwache Wirtschaft ist immer ein Riesenproblem. Und da haben die Sardellen dann mal hochgeschaut nach Irland und nach der Schweiz, wie die das gemacht haben. Weil die haben ein ähnliches Problem gehabt und die haben sich selbst geholfen. Also die, ihr wisst, dumm kann man sein, aber zu helfen muss man sich wissen. Meine Oma immer sagte. Und die haben dann hier den sogenannten Sadex-Kredit eingefügt. Und da gehören jetzt, glaube ich, etwas über 3.500 Unternehmen hier dazu. Die hoffen, dass die bis 2022, 2025 dann bis zu 10.000 Unternehmen drin haben. Und die Sadex-Kredite, das ist quasi so eine Art Ersatzwährung, die, in Einheiten wird das gerechnet, die auf dem Warentauschsystem basieren. Nehmen wir zum Beispiel mal hier dieses Gebäude. Wenn dieses Gebäude gebaut werden muss, brauchst du einen, der es baut. Du brauchst jemanden, der die Baustoffe liefert. Und du brauchst vielleicht jemanden, der die Lebensmittel für die Bauarbeiter wiederum liefert. So, und daraus kann man einen Stoffkreislauf entwickeln. Das heißt also, der, der das Gebäude baut, der braucht ja vom Baustoffhändler diese Baustoffe. So, auf der anderen Seite baut er es halt zum Beispiel für jetzt diesen Transportunternehmen oder einen Lebensmittellieferanten. Und der Lebensmittellieferant beliefert wiederum den Bauer des Gebäudes mit Lebensmitteln bzw. versorgt ihn mit Lebensmittelgutscheinen. Und diese Lebensmittelgutscheine kann wiederum der Erbauer, dem Baustoffhändler, als quasi Bezahlung für die Baustoffe übergeben, womit dann der Baustoffhändler wiederum seine Lebensmittel, die er halt zum Leben braucht usw. oder als Anlasszahlungsmittel wieder beim Lebensmittelhändler einlösen kann. So entsteht halt quasi ein Bahnstoffkreislauf. Und damit kann man sich dann erstmal vom starken Euro, der nach wie vor hier die Währung ist, etwas unabhängiger machen. Und die vergeben dann auch eigene Kredite hier in diesem System, müssen aber auch immer frische Euros in das System mit eintragen. Also das Ganze ist schon gut durchdacht. Und dadurch kommt diese Wirtschaft hier ins Florieren. Und es haben sich also hier auch entsprechende Industrien, zum Beispiel ein Hersteller von Abgassystemen. Du hast hier eine Steinproduktion für bestimmte wertvolle Steingüter und andere Sachen angesiedelt. Und davon profitieren jetzt auch die Brüder Steven und Tonio, die dann hier auch eine kleine Spedition investiert haben. neben ihren eigentlichen Betongeschäft. Und die floriert recht gut. Und dann haben wir uns unterhalten und dann sagte ich, Mensch, das ist interessant, Sardinien ist auch schön. Und irgendwie meinte er dann aus so einer Laune heraus, Mensch, komm doch mal runter. Und dann sagte ich, naja, momentan, ich habe ja gut Geld auf dem Konto und sich mal kurz mal ausruhen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und dann bin ich halt, ja, bin dann runtergeflogen hier nach Sardinien. Noch mit etwas über 150.000 Euro im Gepäck. Und bin jetzt seit Ende letzter Woche, also so vier, fünf Tage, bin ich jetzt hier. Und es ist total schön, muss man sagen. Also es ist wirklich schön. Und ja, ich habe gleich mal, wie soll ich euch das jetzt sagen, also Nägel mit Köpfen gemacht. Ich habe mich in die Spedition eingekauft. Ich habe mich mit knappen, ja, was waren das, etwas über 60.000 Euro eingekauft. Mit unter, knapp unter 25 Prozent. Das wollten die so. Die wollten also keine Mitentscheidungsmehrheit bei mir haben. Und das verstehe ich auch. Aber ich habe auch die Bücher gesehen, das haben sie mir alles gezeigt. Und das geht steil nach oben. Also es entwickelt sich sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt erstmal die nächsten Jahre keine Gewinnentnahme. Aber ich denke natürlich auch schon in die Zukunft, die ganze Zeit. Und da kennt ihr mich ja, das ist dann nun mal so. Und ich habe ein Mitnutzungsrecht einer Ferienwohnung hier. Die Zeit rast hier. Ich habe ein Mitnutzungsrecht einer Ferienwohnung. Und das nehme ich natürlich auch in Anspruch. Mit Blick aufs Meer. Leute, es ist wunderschön. Und im Grunde genommen habe ich mir hier ein Feriendomizil gekauft. Und einen zweiten Wohnsitz damit. Und ich glaube, das habe ich mir auch verdient. Nach all dem Stress. Weil das ist ja ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Quasi kurz vor dem Bankrott. Jetzt schuldenfrei. Mit großer Immobilie in Kassel. Mit einer Teilhabe. Und Nutzungsrecht. Lebenslange Nutzungsrecht einer Ferienwohnung hier oben. Die gehört quasi mit dazu. Die wird auch vermietet. Auch da entstehen kleine Einkünfte. Aber ich kann halt, solange ich immer hier bin, kostenlos drinnen wohnen. Sofern sie frei ist. Aber das stimmen wir schon terminlich dann immer ab. Und ja, das ist einfach ein Stück weit Lebensqualität, was ich mir eingekauft habe. Und es ist noch ein anderes Stück Lebensqualität, was ihr ja schon im Thumbnail gesehen habt, zu dem wir uns jetzt mal begeben werden. Und ich gehe da mal so ein bisschen nachher drumherum. Ja, wir müssen mich ein bisschen hinmachen, weil da, wo der LKW steht, da läuft die Zeit anders. Und ja, wie soll ich euch das sagen? Also das ist so ein bisschen Lebensqualität in Form von Fahren. Weil ich habe gesagt, du, wenn ich hier bin und ihr habt mal einen LKW frei, dann fahre ich auch. Und dann sagten sie, naja gut, die Stamm-LKW, die sind fest vergeben an die Fahrer. Aber wir haben hier so eine, ja, wie nennt man das? So eine Firmen-Schlampe? Ne, so eine Perle. Ja, so eine Firmen-Perle. Die kannst du gerne mal fahren. Und als ich es gesehen hatte, sagte ich, einen besseren LKW für den Urlaub hier kannst du mir gar nicht geben. Also das passt alles. Aber ich würde sagen, ich bestelle mal die Rechnung Il Conto per Fabraue. Und dass wir da mal hingehen. Grazie. Ciao. Weil ich habe es ein bisschen eilig. Und ein bisschen kenne ich mich jetzt hier auch schon aus. Ja, hier drüben ist BRT. Das ist eine, auch eine, ja, die bearbeiten hier alle zusammen. Die sehen sich gar nicht mal so unbedingt als Wettbewerber. Partner-Spedition, wenn man so möchte. Und wir gehen jetzt hier zu Coop. Und holen unseren vorgeladenen LKW ab. Und fahren quasi auf Sardinien von Norden nach Süden. Ihr seht, es gibt auch, wenn Marian hier mal zu Besuch kommen möchte, auch einen Mercedes-Benz Händler. Und da hinten dieses Riesengebäude. Das ist dann schon dieses Handelszentrum hier. Das ist so ein riesiges Einkaufszentrum. Ich glaube, Iber Coop nennt sich das hier. Boah, alte Gurken hier stehen, mein lieber Schalli. Nehmen wir die alle rum. Okay, schnell rüber. Mal wieder ein bisschen mit der Pause spielen. Ja, ansonsten, das ist halt so ein übliches, ja, Industriezentrum. Das sieht aus wie überall, nur dass du halt hier ein bisschen mehr Sonne hast als anderswo. So, gucken hier. Mit Schienen ausgestattet, also schon recht modern hier alles im Werksverkehr. Jetzt sieht es auch ein bisschen komisch aus hier. So, ich hoffe, der ist geladen. Mit Englisch ist echt ein Problem, ja. Ja, ich sehe aber schon. Hallo. Buongiorno. Ist der Camione loaded? Ah, er nickt. Okay, alles warm. Grazie. Mein Italienisch ist genauso schlecht wie sein Deutsch oder Englisch. Also insofern sind wir da auf Augenhöhe. Gucken wir uns das Ganze nochmal so ein bisschen an hier. Aber ihr seht es, ne? Ihr seht es. Ein Ivico 190 38, das heißt mit großem V8 drin, 380 PS Special. Turbo, schon drin. Das ist eine legendäre LKW. Werner, das ist von meiner Seite aus ein Hommage an AufAxe, muss ich ganz ehrlich sagen, an diese Zeiten in den 80ern. Da waren ja diese LKWs legendär. Bei AufAxe haben es auch oft, auch diese LKWs schon, meine lieben Freunde, das Magirus Logo drauf gehabt. Also können wir während der Fahrt nochmal kurz drauf eingehen. Ja, ansonsten wunderschön erhaltener LKW und das ist die Firmenperle. Und ich habe gesagt, könnt ihr mir den nicht so ein bisschen zuordnen, weil nicht, dass dem jemand kaputt fährt. Ja, da haben wir eine Einigung getroffen. Also die Fahrer nehmen den nur, wenn es nicht anders geht. Und ansonsten ist es der vom Tom Diesel. Ich kümmere mich dann so ein bisschen drum, wenn ich hier bin. Aber ist das nicht ein Schmuckstück? Dann haben sie mir noch ein Skateboard dazu gegeben. Also sprich, ein Flatbed-Auflieger. Und dann kann ich hier so eine Container oder offene Ware oder sonstige Sachen, Steine fahren. Also es ist recht vielfältig. Man ist auch ein bisschen körperlich aktiv bei der Geschichte. Und ja, also ich freue mich. Den haben wir hier. Ich habe auch hier auf dem Auflieger. Da kann es sein, dass ich auch mal unterschiedliche Auflieger kriege. Ich habe also die Containerbolzen hier mit drauf, dass man die einfach festmachen kann. Dann muss man die nicht verspannen. Das ist einfach viel, viel sicherer. Und ja, ihr seht ja, sieht super aus. Also das ist der Franz Merstung und Günter Willers aka Manfred Krug und Rüdiger Kirschstein. LKW, ein Hommage. Auch besonders an Manfred Krug, der ja auch schon drei Jahre nicht mehr unter uns war. Ich meine, der ist 2016 leider von uns gegangen. Aber ich liebe diese Serie und besonders in Staffel 2, wo sie die Dinger fahren. Und der Willers, die Cinzia kennenlernt, diese hassige Italienerin, was sich dann auch bis in Staffel 3 zieht. Wer erinnert sich nicht daran? Und das ist so eine Hommage daran. Und ja, natürlich auch eine Hommage an Giulia. Sprich, meinen Iveco. Deutlich moderner natürlich. Deutlich leistungsstärker. Auch wenn mit einem viel kleineren Motor. Aber es ist einfach, ja. Es passt zu Italien und es passt ja zu dem Stil. Und es passt zum Urlaubsgefühl vor allen Dingen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich keine Zeit zu verlieren. Wir müssen los. Ja, schaut's euch an, ne. Old Days. Ich habe auch ein Bett drin, ne. Wenn ich mal länger weg bin. Buon viaggio. Natürlich. Jetzt. Schramfer. Ja, also der Soundmod, den kann man nochmal ein bisschen überarbeiten. Ich finde jetzt das nicht ganz so gelungen. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, ich hätte natürlich, die Haus- und Hofrunde, die ist natürlich schon erledigt vor dem Losfahren. Ich muss jetzt auch nicht fünfmal machen am Tag. Aber wir sind nochmal drum gegangen. Beutzen waren sicher verspannt. Was ich nochmal gemacht hatte hier bei dem Mod, das ist der vom Equalizer. Da müsst ihr einfach gucken nach ETS2 Iveco 190.38, wenn euch das interessiert. Für die 1.530er Version, das ist auch für DX11. Ciao. Mon ami, wollte ich fast schon sagen. Amit. Ami. Und. Kann sie bei diesem Hubraum starken Motor, 17 Liter Hubraum, da. Ja, ja, ist ja jetzt gut. Kann sie gleich vom 1. in den 3. gehen. Das geht, das macht er. Sind auch nicht super schwer, haben 8 Tonnen, glaube ich, Plastikmüll drauf. 7 Tonnen, genau, Altkunststoff. Da schlägt das Herz höher. Da hast du sofort, ähm, heitert sich hier die Stimmung auf. Und, äh, wenn den Borschen da unter dir, der Hämmern spürst. Und der ist wirklich super ein Schuss, der LKW. Und das erinnert halt wirklich an alte Tage. Auch an meine Tour damals, äh, letztes Jahr, ist auch schon ein Jahr her. Fröhliches Prötteln am Monte Casino. Da ja schon mal so ein Recken hier mit, ihr wisst, mit so einem komischen Tankauflieger, wo die Achse sich nicht senken ließ. Und halt, typisch Italien, ne? So, hier saß man in dem kleinen Café. Jetzt haben wir 210 Kilometer für uns. Ja, also ich mach hier jetzt erstmal, entschuldigung, muss man. Also ich mach jetzt hier erstmal, so was wie Urlaub. Kann das aber auch nicht ins Endlose strecken. Ich hab zwar 72.000 jetzt auf dem Konto, aber, äh, es sind natürlich auch, es kommt, oh, ich muss Lichter machen. Geht da ein, Licht. Ich hab mein Nautessenliner jetzt in die Werkstatt gegeben, meines, äh, Schraubers des Vertrauens. Und zwar Mr. Shadow. Und, äh, er und sein Team, die gucken sich das Ganze jetzt an. Ja, und dann krieg ich jetzt einen, einen Kostenvoranschlag, der bei den Jungs, die haben sich auch um den DAF-XT dann gekümmert, ähm, eigentlich auch immer stimmt. Und deswegen hab ich hier diese 72.000, die haben wir jetzt also nicht zur vollen Verfügung. Sondern, äh, da geht einfach ein Anteil runter. Ja, und da muss man dann gucken, also das mach ich aber dann auch zusammen mit ihm, ähm, ist das noch wirtschaftlich, den Nordhessenliner jetzt wieder anstand zu setzen? Weil, irgendwann musst du dich dann natürlich auch fragen. Das eine sind halt die, ja, die Emotionen, was ich mir dann auch sicherlich auch einiges kosten lassen werde. Weil, ich, da, da hängt bei mir halt viel mit drin. Äh, das ist, äh, der Anfangstruck. Und, äh, ihr wisst ja, ich investiere dann gerne. Das muss ich immer noch sehr wirtschaftlich sein. Äh, der Tom und, und halt, ähm, Tuningstores, das ist immer so eine eigene Geschichte. Das ist wie Frauen und Schuhladen. Oder Handtaschen. Äh, das muss auch nicht immer Sinn machen. Aber irgendwie, ja, kann ich da nicht anders. Da bin ich auch in mir gefangen. Und da hat jeder halt so irgendwo seine Macke. Und meine ist es halt, die Lkw's dann ins Firmen-CI zu bringen. Und, und halt, äh, nach meinem Gusto schick zu machen. Joa, und, äh, muss man mal gucken, was kostet. Aber ansonsten, wenn's halt zu teuer wird, weil 70.000 will ich da auch nicht investieren, dann... So, mal ein bisschen vorsichtig hier. Oh, der zieht, der zieht. Mensch, wir sind bei Tausenden Drehungen. Und der drückt den hier einen Berg hoch, der Motor. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich hab da also auch im Drehmoment nichts gemacht oder so, bei dem Mod. Aber wenn ihr den auch fahren wollt, dann geht in die Death rein, geht in die Engine rein. Und, äh, arbeitet an der Drehmoment-Kurve. Ihr seht, ich hab hier am Drehmoment selber nichts gemacht. Der hat auch die 381 PS. Der hat das auch zwischen 1050 und 1550, das hohe Drehmoment. Aber was ich gemacht habe, weil der Modder hat hier bei 350 Umdrehungen ist das Drehmoment null. Und das ist natürlich Quatsch. Und, ähm, da hat immer noch so ein Rest auch Schleppmoment drinne. Und da ich ein bisschen gearbeitet, das hab ich mal so auf 30% genommen, dass du den LKW auch anfahren kannst, weil sonst stirbt er dir immer ab, halt unter Anfahrlast. Und, ähm, da müsst ihr dann reingehen, da müsst ihr mal ein bisschen nach eurem Gusto dann drinne feilen, weil ansonsten ist der im Grunde genommen unfahrbar. Ja, also zumindest halt im Anfahren ist ganz furchtbar. Ja. Jetzt hab ich ein bisschen Faden verloren. Jetzt hab ich wirklich Faden verloren. Achso. Und, äh, 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 ich möchte ihn schon gerne wiederhaben. Und, äh, und, äh, aber wenn das wirklich in zu hohe Kosten reingeht, dann macht das eigentlich mehr Sinn, das, äh, äh, den, äh, das Frack sozusagen zu verkaufen oder in Zahlung zu geben und, äh, sich ein anderes Fahrzeug dann dafür zu holen und dann bräuchte ich ehrlich gesagt auch keins, weil dann bleibe ich erst mal alleine und fahre mit Jurya. Ja. Aber wenn wir es vernünftig wieder hinkriegen und das ist bei mir einfach so eine Herzensangelegenheit, dann, äh, ja, dann wäre es natürlich schön. Ja. Das wäre dann richtig schön. Ja. Ja, herrlich, oder? Boah. Unter dir, also das ist herrlich, wie unter dir dieser alte V8 hier arbeitet. Das war kein Scania V8, aber es ist auch ein legendärer V8. Der hat Maßstäbe gesetzt, der LKW, zu seiner Zeit. Da kommen wir auch zu so einem Thema, was mir immer wieder vorgehalten wird in letzter Zeit, ähm, wo mir gesagt wird, Magirus ist kein richtiger Iveco. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals behauptet hätte. Ähm, ihr müsst da nochmal zuhören. Also, das ist auch wirklich wichtig und, und, äh, nicht euch irgendwas zusammenreimen, was ich gar nicht gesagt habe. Dass ich bei mir ein Magirus-Logo vorne auf dem Iveco, auf der Jurya habe, das ist eine Hommage an Magirus. Ja, das ist eine, eine quasi, eine, ein Gedenken an Magirus, ein positives. Denn Magirus ist Teil von Iveco. Die Gene stecken in Iveco nun mal drin. Wie kommt das? Ähm, es gab ja dann Magirus, dann Deutz-Magirus, und das ist ja, äh, Magirus ist dann später in einer Kooperation mit Fiat, das war, glaube ich, 1973 reingegangen. Und, ähm, in den 80er Jahren, dann, äh, wurde die, aus Magirus, und also aus dieser Kooperation, die Iveco AG gegründet. Iveco steht für Industrial Vehicle Company. Und, äh, das ist dann aus dem Nutzfahrzeugbereich von Fiat und Magirus entstanden. Dolz hat sich dann wieder zurückgezogen, weil Magirus ist dort in der Firma quasi in der Iveco mit aufgegangen. Und, ähm, der Hauptsitz dann von Iveco ist, glaube ich, Turin. Äh, und jetzt, also ich lese das jetzt nirgendwo ab, aber ich lese halt viel, auch alte Bücher und so weiter, die ich mir immer besorge. Und wenn ich mal so eine Marke fahre, dann lese ich mich da natürlich auch rein, weil, ich habe zu Magirus halt nicht so den Bezug wie einige von euch, weil ich bin auf der anderen Seite damals der Mauer aufgewachsen, auf der östlichen, war ich natürlich eher zu Iva und so weiter, ähm, kindliche und, äh, jugendliche Bezüge. Ich bin auch kein 18-Jähriger mehr, also ich habe, wie gesagt, ich war 14, als die Wende kam. Bin aber auch schon die alten Sowjet-Trecker, Schlepper gefahren, ähm, hat man, naja, Schraube-Gene habe ich auch. so, so, und, ähm, Magirus ist, äh, für mich ist eine alte Marke, ich finde gerade die Sirius oder die S3500, das waren ja Anfang der 50er, ich glaube 1951, auf der Motorausstellung, diese legendären Rundhauber, ne, das sind für mich so Legenden, die habe ich auch früher schon ein bisschen mitbekommen. und, ähm, es ist unabkennbar, dass Magirus ein Teil von Iveco ist. Denn, wie gesagt, dieses, äh, in Ulm, die Entwicklungsabteilung, ich glaube mit 900 oder 800 Angestellten dort, die existiert ja nach wie vor noch. Und die Magirus GmbH existiert ja auch, oder die wurde dann gegründet, die stellt dann diese Feuerwehrfahrzeuge und, und, Extremfahrzeuge her, und, aber die modernen Iveco Iveco, die Highway und S-Way, beispielsweise, die werden ja in Ulm entwickelt und in Spanien gebaut. Da erkläre mir bitte mal einer von euch, was das noch mit Pizzablech zu tun hat. Und, äh, deswegen, also, in Italien wird da gar nicht mehr so viel gemacht, was ich für Italien selber gar nicht so gut finde, weil die brauchen auch starke Wirtschaftsmarken und, äh, vor allen Dingen, äh, arbeitsplatzschaffende Marken und Firmen. Und das ist halt, äh, wenn du das immer auslagerst, ein Problem. Aber wie gesagt, der Maschinenbau und Maschinenentwicklung, das passiert in Ulm. Also bitte da mir nicht die Worte rumdrehen und sagen, ich hätte gesagt, äh, Iveco ist Magirus und Magirus ist, oder ein Iveco ist ein Magirus. Nein, aber, es stecken Gene davon drin. Und, wenn man mal mit einem richtig, vernünftigen Lkw-Fahrer spricht, und das mache ich gerade, an dieser Stelle, schöne Grüße, mein lieber Björn. Und das hat wirklich, da ich so die Augenbrauen hochgezogen habe, gedacht, wo ich das gehört habe, wir sind da im sehr intensiven Austausch. Und dachte, Mensch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der sagte, ein perfekter Lkw würde aus vier Marken bestehen. Und diese vier Marken Mach ich. Ja, jawohl. Diese vier Marken sind Scania, DAF, Volvo und Iveco. Und das ist von jemand, der wirklich weiß, wovon er spricht, der sich selbst eine Spedition aufgebaut hat. Keine Angst Björn, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Es bleibt erstmal unter uns, bis das auch alles zwischen uns durch ist. Und ich stehe da auch zu meinem Wort. und mache ich. Das ist natürlich blöd, jetzt fahren wir hier rein. Und der sagte, vorne Armaturen, sitzen, Scania. Ja, also vorne das alles und Schränke und so weiter, Scania. Hinten Bettbereich und so weiter. DAF. Getriebe, Volvo. Und jetzt kommt's, Motoren, Iveco. Also die modernen, weil er sagt, die sind sehr durchzugsstark, sehr gute Motoren und das hat mich dann schon überrascht, sag ich mal, und gewundert. Und damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet. Aber ihr seht, ich weiß, die totalen Scania-Fans unter euch, die rümpfen jetzt die Nase, und sagen, Gottes Willen, Iveco geht gar nicht. Doch, das geht schon. weil so richtig schlechte LKWs heute, die gibt es gar nicht mehr. Und ich weiß, dass natürlich Iveco auch mal ein Fahrzeug rausgebracht hat, was wirklich nicht mehr so gut war in der Qualität, aber das machen die mittlerweile auch wieder wett. Und die neuen Highways und so weiter sind gute Fahrzeuge, wenn du mit dem Fahrer ansprichst. Die hat aber auch ein Detailungsbedürfnis hier. Rassige, stramme Italienerin, ne? Erinnert ihr euch hier an auf Achse? Die Sünsia? Klasse Frau. Oh, herrlich. Ich liebe es, dass ich dieses Fahrzeug erfahren darf. Alleine dafür hat sich dieses Investment hier schon gelohnt. So, noch jemand da hier, aber die haben 24 Stunden eigentlich hier. So. Buena notte, sagt man glaube ich schon zu der Ohrzeit, ne? Guten Abend. Na, ist eigentlich schon gute Nacht. Darf ich denn hier hin? da rum, okay. Okay. scusi. This is a load from Sassari. I have here plastic garbage. Or recycling. What do you want? Okay. 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 Jetzt soll ich mich aber da hinstellen. Da hinten gewunken. Also wenn ich öfters war, dann muss ich wirklich mal so Grundbegriffe auch Italienisch lernen. Da kommt es nicht drum herum. Das Sprache ist der Schlüssel. Also noch pünktlich, das ist gut. Also hier oben ist auch nicht, oder hier oben halt für Italien, ne? Das ist natürlich nicht die Trendsart, das ist die Firma meiner beiden Freunde. Ich habe mich da nur eingekauft und wie gesagt, besitze jetzt einen kleinen Teil der Garage und dann ein Bleiberecht sozusagen. Aber das ist nicht die Trendsartion. Das ist für mich Urlaub. Ja. Erholung. So. Machen wir mal ein Lämmchen aus. Habe ich. Wunderbar. Eine neue Kamera, die hatte ich vorhin schon weggeschaltet. Warum auch immer. So. I love it. I love it. So. So. Kommt da jetzt noch einer? Ich warte mal hier, ne? Ja. So würde ich mal sagen, ne? Ach, da hinten mit dem Stapler, der startet schon. Wunderbar. Und wenn wir hier durch sind, dann habe ich noch eine Ansage für euch. Weil wir machen, wir fahren jetzt nicht mehr weiter. Das reicht für heute und für die Folge war halt viel Quatscherei. Aber, ihr habt es ja auch am Thumbnail gesehen, ist, es gibt auch noch das Gewinnspiel, was ich hier zu Ende bringe. Und dazu, Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss nur kurz den Zettel holen. Wir haben ja dieses Gewinnspiel. Da geht es ja um diesen 200 Euro Hauptgewinn und verschiedene Nebengewinne. Ich verlinke euch unten im Video oder in der Videobeschreibung auch noch mal das Eingangsvideo zu diesem Gewinnspiel. Und, aber machen wir es jetzt mal kurz. Moment, ich setze mal einen Schnitt rein, dass ich weiß, später wo ich die Buchstaben einblende. So. Buchstabenkombination, die letzte, quasi, ist 20 großes Y. Nochmal. 20 Y groß geschrieben. Es ist ganz wichtig, dass ihr diese Zahlen- und Buchstabenkombination, die Zahl gibt halt an, an welcher Stelle der Buchstabe oder halt die Zahl sitzt, dass ihr das genauso schreibt, wie ich euch das angegeben habe. Ja. Und, ähm, das ist extremst wichtig. Sonst kommt ihr nicht auf dieses Video. So. Das heißt also, das, was ihr da habt, ist ein Link. Wenn ihr das genauso eingebt, oben bei euch in der Maske, dann kommt ihr zu dem Video und dort schreibt ihr dann rein, Hashtag Andreas Schubert. Ja. Ihr habt bis Ende September Zeit, bis zum letzten September Tag. Das heißt, wer jetzt noch nicht die ganzen Videos und das müsst ihr machen, der Hauptgewinn ist es wert. Äh, das erwarte ich auch. ihr habt jetzt bis Ende September Zeit und deswegen deaktiviere ich auch die Kommentare jetzt unter diesem Video, dass ihr euch da auch nicht nicht austauschen könnt, weil jeder soll schon für sich alleine auch das lösen. Ähm, ihr habt jetzt bis Ende September Zeit. Äh, 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 sagt gleich mal, ähm, ähm, den ganzen Code euch nochmal zu holen. Ihr müsst nur nach, in den Videos, und da könnt ihr bei ETS oder ATS, ihr müsst nicht beide Serien gucken, also in beiden Serien jeweils werden alle äh, Codes angegeben und da guckt ihr dann auf Thumbnail und da steht immer Rot Gewinnspiel mit drauf. Und wenn ihr diese Codes nicht habt und gerne beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann müsst ihr euch diese ganzen Folgen anschauen, äh, zumindest immer bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Code angebe. Ja, weil dieses Gewinnspiel richtet sich einfach an die Leute, die auch meine, äh, Serie hier verfolgen. Und damit ihr wirklich jetzt auch genügend Zeit habt und ich habe mir auch viel Zeit genommen, das jetzt zu Ende zu bringen, ähm, habt ihr jetzt den gesamten Monat September Zeit, dann ist das, das ist quasi die Deadline, dann wähle ich das aus, das kommt dann alles in der Box, dann wird der Gewinner gezogen oder die Gewinner, sind ja mehrere Preise, und dann geht es quasi in die Bekanntgabe und dann kriegt ihr auch die Preise. Das gleiche mache ich übrigens auch im ATS-Video im nächsten was kommt, also auch da wird dann der Gewinncode nochmal angegeben. Ja, also nochmal zur Wiederholung, 20, Y, groß, letzter Code. Ja, wunderbar. Ich denke, dann haben wir alles. Ähm, ich verabschiede mich, wie gesagt, es werden jetzt ein paar weniger Videos in den nächsten, äh, Wochen, weil ich, wie gesagt, tatsächlich im Urlaub bin und tatsächlich nach, mit meinem Bulli, oder wir fahren mit unserem Bulli nach, äh, also in Kalifornien nach Süditalien, wir genießen das, wir sind Camper, so Richtung Bari, vielleicht auch Sizilien, aber auf jeden Fall Vesuv, äh, die Mauer und, äh, Pompeji und so weiter wollen wir gerne sehen und wir hoffen, dass es halt jetzt von der Jahreszeit auch so ist, dass die Haupttouristenströme da auch durch sind und, ähm, ja, ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, ich habe noch ein paar Videos vorbereitet, also ihr kriegt vielleicht in der Woche zwei Videos kredenzt, eins davon vermutlich ATS und eins dann ETS, aber ich läute das jetzt hier mal mit diesem Urlaubstimmungsvideo ein und, ähm, ich habe noch viel vor, hier, äh, mit meiner Spedition und man darf gespannt sein und ich selber bin auch gespannt auf das, was da passiert, ähm, ja, und insofern, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen, bis dahin, euer Tom, tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020